sieht aus wie eine schatzstelle mehr brauchen wir nicht holen und jetzt kommt eine karte macht hier man soll hier an dieser stelle gehen 915 340 und da müssen wir hin das haben da waren wir auch schon mal also habe ich jetzt den aussichtspunkt ich zeige ihnen noch mal und da bergen wir jetzt unsere belohnung für den ganzen zirkus mit den schätzen der war so schön unnatürlich ja die alten spiele die waren nicht so knelig wenn man stürzt dann hat man pech ja so ist das aber wir machen diesmal jetzt einen ganz gemütlichen wir sind ja auch jetzt in unmittelbarer nähe also hier drinnen hier rein muss man hier gibt es eine treppe ja und hier können wir jetzt mit der tür interagieren geht's los cool ich gucke mir jetzt noch mal die trophäe an schnell also könig aus alten zeiten die templar rüstung halten haben nur 11,8 prozent der spieler der playstation spieler halten damit haben wir die templar rüstung ich weiß nicht ob die auch vielleicht eine positive eigenschaft hat die hatte jetzt wieder meine assassin töter montur überschrieben keine ahnung das weiß ich nicht aber ich denke mal die sieht nur gut aus